Herzlich Willkommen meine Lieben zu einer neuen Folge Das Buch des Lichts Belehrung eines Aufgeblasenen Das ist etwas, was ich erlebt habe in Los Angeles Da ist jemand, während wir meditierten in meinem kleinen Tempel hereingekommen mit 20 Leuten und er kam ziemlich aufgeblasen und arrogant hinein Hat gesagt, Lanou, ich bin Atheist Ich habe eine Gruppe hier und ich sage, du lehrst das Falsche Es gibt kein Karma, keine Reinkarnation Das ist alles nur Wunschdenken Und du hast nicht einen Körper, du bist der Körper Und seine Leute haben genickt Und er schaute mich belehrend an Ich sagte, in Ordnung Setz dich hin und lass uns diskutieren Er setzte sich hin Da waren 40 von meinen Leuten da Also meine Mitstudierenden Etwa 20 seiner Leute Der Tempel war fast vor Und er begann sofort, ziemlich aggressiv mit einer Frage Darf ich mal fragen Ich sagte, das ist ganz einfach Der Körper, die Persönlichkeit, die Empfindungen, das Denken, das Fühlen Alles Erkennbare bist du nicht Du bist auch nicht deine Wahrnehmungen Du bist also nicht der Körper Du hast einen Das hattest du ja eben schon gesagt, als du reinkamst Er sagte, ich dagegen lehre Du bist der Körper, du bist die Persönlichkeit Und da ist gar nichts anderes Da fragte er mich, ja aber warum Bist du nicht der Körper Oder warum bin ich nicht der Körper Ja, ich sag, Körperlichkeit, Empfindung, Wahrnehmung Unbewusste und bewusste Tätigkeiten Sind alle unbeständig Sind darum nicht das Ich Alle Gebilde sind auch unbeständig Alle Dinge sind darum nicht das Ich Er sagt, seitdem widerspreche ich My dear Lenu Ich sag, auf welche Weise Er sagt, alle Pflanzen, die irgendwo wachsen Setzen doch die Erde voraus Stützen sich sozusagen auf die Erde Und die Tätigkeiten erfordern Kraft Setzen also die Erde voraus Stützen sich auf die Erde Ebenso ist das Körper-Ich Also dieser Mensch Gestützt auf Körperlichkeit Egal ob er Gutes oder Böses tut Das Empfindungs-Ich Von dem du sagst, dass man das nicht ist Aber das Wahrnehmungs-Ich Das Ich der unbewussten Tätigkeiten Das Bewusstseins-Ich Alles das ist der Mensch Und gestützt auf die Empfindung Die Wahrnehmung Die unbewussten Tätigkeiten Und das Bewusstsein Tut er Gutes oder Böses Ich sagte, also damit Willst du uns hier kundtun Dass die Körperlichkeit Die Empfindung Die Wahrnehmung Die unbewussten Tätigkeiten Und das Bewusstsein Dein Ich sind Ja, sagt er Das sag ich Und meine Leute hier sagen das auch Und alle nicken, jawohl Ich hab gesagt, du pass mal auf Es ist ja egal, was diese Leute sagen Ich will nur das wissen, was du sagst Und wenn ich deine Meinung verändere Hab ich automatisch die Meinung dieser Leute verändert Oder zumindestens Hab ich sie in Zweifel gesetzt Bezüglich dessen, was du sie lehrst Na gut, sagt er Ich sage Körperlichkeit, Empfindung, Wahrnehmung Unbewusste Tätigkeiten Und Bewusstsein Die sind Mein Ich Und sonst gar nichts Es gibt sonst nichts Es gibt nur mich Und die anderen Und die anderen Und die anderen sind auch die anderen Das ist deren Ichs Ich Schaute ihn nachdenklich an Und hab ihn gefragt Sag mal Kennst du einen mächtigen Menschen? Ja, sagt er Mein Vater Der ist Leiter eines Konzerns Der ist Konzernherr Ihm gehört eine riesige Reifenfirma in Los Angeles Gut, sag ich Du sagst, dein Vater Hat also völlig gemacht über den Konzern Ja, sagt er Ich sag, dein Vater ist so mächtig Er kann sagen, was der Konzern tun hat Das befehle ich und sonst niemanden Jawohl, sagt er Wenn dein Vater, sage ich Jemanden anstellt oder entlässt Geschieht seinem Wunsch Gemäß Wunsch deines Vaters Aber ja Ich sage, könnte dein Vater sogar sagen Heute schließe ich einfach mal die Fabrik Oder den Konzern Da kommt keiner rein Und morgen mache ich weiter Das könnte er Hat er schon ein paar Mal gemacht Du bringst gute Beispiele Ich sage, du wirst gleich sehen, wie gut sie sind Also das heißt Das heißt, sage ich Wenn du sagst Die Körperlichkeit ist mein Ich Oder gibst du zu, dass du völlige Herrschaft Über deine Körperlichkeit hast Wie dein Vater über seinen Konzern Du bist ja diese Körperlichkeit Ja, sagt er Könntest du dann sagen Frage ich ihn Dass deine Körperlichkeit so sein soll Oder so oder so Oder sich nach deinem Wunsch ändert Ja Ich sage Halte mal eine Stunde die Luft an Dann wurde er still Ich sage, du bist doch der Körper Und dein Vater Alles was er denkt Was mit dem Konzern geschieht Das wird auch geschehen Ja, ja Sagt er Stimmt schon Aber Mir kommt nicht der Gedanke Dass ich eine Stunde die Luft anhalten soll Und alle haben begeistert Genickt Also von seinen Leuten Und haben mich fragend angeschaut Was nun? Ich deutete auf einen seiner Leute Und sagte Geh einmal raus Und wieder rein Jetzt hat er seinen Seminarleiter Könnte man sagen Fragend angeschaut Und er sagt Mach nur Mach nur Der steht auf Geht raus Schließt die Tür hinter sich Macht die Tür auf Und kommt wieder rein Und setzt sich wieder hin Ich sage zu dem jungen Mann Der Also der Seminarleiter ist Man könnte ihn Guru nennen Wenn man will Bist du das gewesen Der da raus und rein gegangen ist Nein Das war dieser Mann Ich sage Du kannst es ja gar nicht gewesen sein Du hast völlig recht Hast du da eine Veränderung wahrgenommen Ja Da ist einer raus gegangen Und wieder rein Würdest du mir zustimmen Sage ich Wo man eine Veränderung wahrnimmt Das ist man nicht Ja das ist richtig Ja ich sage Bei deinem Körper nimmst du doch auch eine Veränderung wahr Kannst du gar nicht sein Da war erstmal ein Augenblick Stille Ja das war kein Problem dann plötzlich Ich bin Der sich verändernde Körper Ich werde geboren Leben Lebe Und sterbe Ich sage Und das ist was ganz Normales Ich sage Kennst du jemanden der gestorben ist Ja Sagt er meine Mutter Nach langen Schweren Krebsleiden Ich sage Hat sie darunter gelitten Hast du darunter gelitten Ja Sagt Ja du hast doch gerade gesagt Du bist der veränderliche Körper Da dürftest du doch nicht leiden Das ist dir doch ganz normal Normal zu sterben Und deine Mutter Sagte ich Ich will dich nicht dran erinnern Aber hat sich sicher in Schmerzen gewunden Und er nickt Sag ich Das verstehe ich nicht Wenn sie der sich verändernde Körper ist Dann ist einem das ganz normal Die Veränderung Warum soll man sich da in Schmerzen krimmen Er beharrte drauf und sagte Ich bin veränderlich Gut sage ich Das können wir akzeptieren Du bist Das sich verändernde Bitte sehr Dagegen kann man gar nichts sagen Da gibt es gar kein Argument dagegen Aber Sag ich Kann jemand rechtens behaupten Dass er das ist Was er als veränderlich wahrnimmt Das geht doch wohl nicht Sag ich Da sind doch zwei Er ist doch mal der eine Und dann das was er wahrnimmt Und sage ich Alle sieben Jahre Verändert sich der Körper Frag mal jeden Arzt Keine Moleküle sind mehr dieselbe Du bist wie alt jetzt Er sagt er 25 25 Ich sage schon dreimal Hat sich dein Körper Mindestens verändert Du hast nicht mehr dieselben Moleküle Und doch Bist du immer noch da Kannst du dich erinnern Sag ich Wie du zehn Jahre alt warst Ja Wie geht denn das Sag ich Wie geht denn das Wenn auch dein Gehirn Zum Beispiel Wird ja jeder gute Arzt bestätigen Nicht mehr die gleiche Struktur hat Wie damals Könntest du gar nicht sagen Du kannst dich erinnern Was erinnert sich An die Zeit Als du Zehn Jahre alt warst Sagt er Wenn es Reinkarnation gäbe Dann könnte ich mich ja erinnern Wie ich An mein vergangenes Leben Wenn du das so sagst Ich sage Kannst du dich erinnern An die Zeit Wo du im Bauch deiner Mutter warst Nein Siehst du Nach deiner Lehre Sage ich Wärst du nicht einmal geboren worden Könntest du niemanden Erklären Ja vielleicht mit Dokumenten Oder so Und es gibt viele Die sich erinnern Sage ich Aber lass uns beim Thema bleiben So wie der junge Mann Von deinen Leuten Zur Tür raus und reingegangen ist Und nicht du Und du nur der Wahrnehmende bist So bist du auch nicht der Körper Du nimmst ihn wahr Jawohl Und du nimmst deine Veränderung wahr Jawohl Ja was ist denn dann das Wahrnehmende Sagt er Jetzt nicht mehr ganz so arrogant Aber ein bisschen defensiv Ich sage falsche Frage Falsche Frage Wenn du im Wasser bist Und suchst dort nach dem Trocknen Dann wäre die richtige Antwort darauf Geh doch raus aus dem Wasser In der Meditation Die du unterbrochen hast bei uns Da kannst du dich von allen diesen Als vergänglich wahrnehmbaren Gruppen Auch von der Persönlichkeit Von der du glaubst Dass du das bist Lösen Und bist immer noch da Und bist immer noch da Ich sage dir was Ich habe gesagt Du bist unsterblich Zeitlos Ewig Stürzt dich immer wieder In die Materie Und jetzt kommt es Um dir irgendwann einmal Deiner Unsterblichkeit Bewusst zu sein Und dann brauchst du nicht mehr Zu reinkarnieren Dann brauchst du nicht mehr Wieder zu kommen Dann habe ich gesagt Ich erkläre die Sitzung Hiermit für beendet Um mal in den Worten Seines Konzernvaters Zu sprechen Er ist gegangen Mit seinen Leuten Ich habe ihn nie mehr wieder gesehen Schade eigentlich Schade Ehre sei dem Buch des Lichts Schade Ich würde Füßen je Aber